die stadt musikkapelle heimst weil man ja von zwei musikkapellen so nett eingeladen worden sein von den arzlern und von den karren so müssen wir euch da mit tun bei der coldwater challenge die arzler haben wir nicht ganz getan weil wir derzeit so einen stress haben wegen unserer somatra reise dafür werden wir ihnen aber auf dem tobersee noch ein super video nachschicken also deswegen kriegt sie es auch kein jause und kein bier die musikkapelle karres die kann sich ihr jause und bier in die haare schmieren weil wir seine noch rechtzeitig dran natürlich haben uns überlegt wie macht man das kaltes wasser ja ist im gefrierschrank drein aber weil mir nicht alle einigen in den gefrierschrank seien wir nicht eingegangen eingegangen seien wir in die rossengartenschlucht und des möchten wir euch jetzt zeigen so so Untertitelung. BR 2018 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 So, das war jetzt unsere Coldwater Challenge 2014. Wir sind die Stadtmusikkapelle Imst und haben für euch den Marsch, Bootsdam Bergsteigermarsch, gespielt. Und jetzt nominieren wir zwei weitere Kapellen. Als erstes, weil ja im Bezirk Imst alle Kapellen schon bei dieser Challenge mitgemacht haben, möchten wir jetzt die Postmusik Imst nominieren. Und die Trachtmusikkapelle Untertäger. Und das jetzt in den nächsten 48 Stunden. Ansonsten winkt für uns ein Superjausse. Dankeschön!